Hallo in der Runde, ihr seht es bzw. ihr hört es. Ich sitze im Auto, zweiter Kampftag, Bonusbooster, drei Sterne ohne Rot. Meine Verteidigung, oh, hat es geschafft einen zweiten Angriff abzuwehren? Da hat jemand keine Truppen, aber zumindest auf drei Sterne Helden Wappen gesetzt. Damit kann man schon mal arbeiten, würde ich sagen, so kann es weitergehen. Wir machen auch weiter, wir fackeln nicht lang, also Heilung finde ich ist gut. Das ist die Frage, ob wir Gelb brauchen oder ob wir da uns auf Heilung über Zeit verlassen von Belit. Oder wir nehmen, hat er Entzauberung? Ne, er hat gar keine Entzauberung, da können wir direkt, da brauchen wir Belit nicht. Dann nehmen wir den Dachs, aber der hat bei mir keine Wappen. Das ist uncool. Eigentlich will ich ihn da nicht nehmen. Wir können auch den Treble nehmen. Ne, ein bisschen Heilung brauche ich, ein bisschen Heilung brauche ich, da nehme ich dann doch Belit. Ne, ich nehme doch den Professor. Nicht, weil er irgendwie gut ist und der Mana, das Plus Mana wird es nicht bringen. Wow, ist das viel über. Norrell will dich nicht reinspielen. Das ist schon mal gut. Das sollte aus... Nein, reicht es nicht, weil ich nur ein Lila dabei habe. Dann, aber jetzt, wenn die Buffs oben sind, hauen wir alles raus, was ist und die sollen einmal alle auslösen. Na, jetzt wird es wehtun, weil es nicht gereicht hat. Das war es für ihn. Okay, wir... Er hat es überlebt, unglaublich. Das Problem ist, das bringt es nicht. Da kann ich nicht drauf reinprügeln. Norrell wird töten und es wird wehtun. Dann nehme ich aber zumindest... Okay, wir müssen grün zusammenkriegen. Ja, toll, da ist es nicht, das Match, was ich brauche. Komm schon, grün haben wir damit zusammen. Sehr schön. Ist die Frage, ob es auch schnell genug ist. Wir brauchen Heilung. Wir hauen... Das reicht nicht. Zwei grüne Matches, das ist zu wenig, was da kommt. Gut, die stehen auseinander. Wir haben noch eine Chance. Er hat sogar überlebt, okay. Dann gehen wir das Risiko ein und lassen die Slayer durch. Nein! 56, willst du mich verarschen? Das ist bitter. Das ist bitter. Nein, 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 nein! Ach, Mann! Stirb! 56, ey, das ist... Das tut weh. Ich warte, bis der Deathdown tötet, das... Ja, der Blutungsschaden tötet jetzt. Scheiße. Ich wollte eigentlich warten, bis der Deathdown drauf ist. Das heißt, wir müssen jetzt... Hoffen! So, wo kommt jetzt am ersten Grün nach? Wo würden wir auf Grün hoffen? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich das kombiniere? Ich könnte das Grüne reinspielen. Das würde ihn auslösen. Also, wenn ich Grün nach rechts spiele, löst Rot aus und das ist nicht gut. Das sollte es doch gewesen sein. Das müsste dann nachrutschen, genau da, wo es hin soll. Nein! Ja, shit. Verloren. Okay. Knappes Ding. Aber es war ein cooles Spiel, das hat Spaß gemacht. So, Immun gegen Buff Entfernung. Schaden. Ja, und schon war es das auch schon mit den Farben. Okay, unglaublich, aber wahr. Wir könnten jetzt ghosten. Das finde ich sogar am besten. Das hat den schlanken Vorteil nämlich, dass ich hier ein bisschen mehr auf der Kante habe. Wir wollen die Buffs auf jeden Fall haben. Und dann nehmen wir da einmal den Schaden raus. Das sollte reichen. Sehr schön. Und jetzt ist es eigentlich abwarten. Die Slayer sind einfach so super. Wenn man überlegt, wie viel der eben geheilt hat die ganze Zeit. Okay, das ist schön. Da würde ich sagen, bleiben wir auch genau so. Wobei, nein, ich nehme. Das war dumm. Okay. Da kommt ein bisschen Lila zusammen. Also, selbst wenn ich verlieren sollte, ne? Ich verstehe nicht, wieso man, wenn rot gesperrt ist und jeder sagt, okay, ich spiele grün, wie man dann auf die Idee kommen kann, einen blauen Tank zu spielen. Und wenn ich jetzt verliere, wird das richtig peinlich. Aber ich verstehe es einfach nicht. Da hätte ich gerne mal den Gedanken dahinter gewusst. Oder er hat halt nichts Besseres. Das ist auch eine Möglichkeit. hungeln? Okay, das war so. Ja, dann mach das mal. So, wir holen uns mal den einen grünen Stein. Wir holen uns sogar mehr als grüne Steine. Okay, das hat er überlebt. Heftig. Das wird er definitiv nicht überleben. Okay, wir müssen grün sammeln. Und ich hebe es mir auf. Sollte er nämlich da was hinstellen und beleben, dann habe ich da hier ein bisschen was direkt reinspielen kann. Und so machen wir das auch. Gut, er hat ausgelöst. Ja, ist okay. Können wir trotzdem mit leben. Weil das wird er definitiv nicht überleben. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann Norrell down gegangen ist. So, das sollte immer ein bisschen Schaden machen. Wir wollen den Beleber nicht. Wir wollen den Beleber nicht. Und er hat nochmal überlebt. Jetzt aber, komm schon. Stirb. Sehr gut. Maulwurf. Du bist der Nächste, der jetzt mal sterben darf. Ach, nein. Komm doch raus. Komm doch raus. Ernsthaft? Ernsthaft? Boah, nervt nicht. Würdest du jetzt? Danke. 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 Okay, das ist nicht gut. Wir brauchen, da ich gestern gegen Treeville verloren habe, brauchen wir viel, viel Power. Wir brauchen viel Leben und wir brauchen vor allen Dingen ordentlich was reinhaut. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, komplett gelb zu spielen. Dann würden wir uns total angreifbar machen. Ich hätte nichts zum Entzaubern dabei und müsste hoffen, dass die Steine kommen. Alternativ. Alternativ. Fällt mir gerade was auf. Wir können auch das Bärchen spielen. Der hat zwar keine Wappen bei mir, aber der sollte trotzdem ein bisschen was reißen. Und wenn wir ihn schon nehmen und der hat keine Wappen, dann nehmen wir jetzt aber noch einen Heiler mit rein. Auch wenn er nicht cool ist. Nee, wir nehmen Belit. Wir nehmen Belit. Die heilt mehr, glaube ich. 32 Punkte und ich kriege zwar keine Buffs drauf, aber dafür ist sie noch mal Droide und könnte noch mal ein bisschen was machen. Jetzt reinige ich mich natürlich nie selbst. Gut, hoffen wir einfach mal. Gut, hoffen wir einfach mal. Wenn ich Treble nicht wegkriege, wird das gleich ganz düster. Das sieht nicht so aus, als sollte ich es schaffen. Verloren. Da komme ich nicht mehr gegen an. Na gut. Dann wenigstens hier schnell raushauen. Überlebt er sogar. Wow, unglaublich. Na gut, zwei verloren. Oh shit, wir haben noch eins. Und schon wieder ein Trivel. Ich will keinen Trivel. Mit drei Gestern gibt es nun mal nichts, was ich da irgendwie habe, was irgendwie gut ist. Ich brauche die scheiß Farbe. Ups, verklickt. Das ist der Richtige, ne? Ich brauche das. Ich muss mir Lila aufheben, wenn Bäumchen auslöst. Und jetzt muss ich mir hier mal das grüne Match bauen. Dann kann ich nämlich auch Dölgeln wieder nutzen. Und dann wird es gleich mal scheppern. Okay, was ihr könnt, können wir auch. Jetzt hätte ich natürlich einen Entzauberer mitnehmen sollen. Das wäre doch besser gewesen. Oh Mann, draus am zweiten Tag. Ich hätte es schon längst auslösen sollen. Jetzt ist es zu spät und es nervt mich. Weil ich Schiss hatte. Mehr killt ihr jetzt. Okay, ich dachte, nein! Die ganze Zeit umsonst aufgehoben. Das ist ätzend. Also es ist nicht nur ätzend, das ist richtig scheiße. Zurecht dann auch. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, natürlich muss da alles reinlaufen. Erlöst eher aus. Die drei lilanen Reichen nicht. Andersrum wäre es besser gewesen. Ach, das ärgert mich. Das ist scheiße. Blöd gespielt. Ich hätte die ganze Zeit Feuer frei machen sollen. Ist egal. Dann sind wir raus an Tag 2. Kassier mit unserer A-Verteidigung noch ein paar Punkte. Und dann war es das. Ich glaube nicht, dass ich mich einkaufen werde. Ich kann mit meinen Diamanten was besseres machen. Kann ich hier noch irgendwo was? Nein, Auto-Attack und Go. Das war's. Ja, raus an Tag 2. Krasser Scheiß. Drei Spiele verloren heute. Okay, mal gucken. Vielleicht kaufe ich mich doch einen. In diesem Sinne euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.